Hallo Friends, hier ist Mila Selin. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es einen kleinen Refresher zu meiner sportlichen Activewear von Oceans Apart. Ich habe wieder einen Rabattcode für euch vorbereitet. Ich werde euch ein bisschen zeigen, wie ich die letzten Tage in dieser Activewear verbracht habe. Wie ihr ja aus dem vorherigen Video wisst, habe ich mir einmal das Amaya Set Deluxe und das Jessie Set Deluxe geholt. Ich habe die jetzt ausgiebig weiter testen können und jetzt werde ich euch einfach mal ein bisschen was dazu erzählen. Vergesst nicht, den Link in der Infobox zu klicken. Da ist der Rabattcode MilaSulin2 und damit kriegt ihr ab einem Mindestbestellwert von 79,00 Euro zwei Sets zum Preis von einem. Also ihr könnt ein Set shoppen und ein weiteres aus dem Giftchooser aussuchen, gratis dazu. Also Code MilaSulin2 ab einem Mindestbestellwert von 79,00 Euro zwei Sets zum Preis von einem. Hier seht ihr, oh Gott, das ist alles so geknittert, aber naja. Ich habe sie ausgiebig getestet, deswegen entschuldigt bitte und entschuldigt bitte auch meine Nägel. Ich war noch nicht bei der Maniküre. Also ihr seht gerade der BH von Oceans Apart in dem Amaya Set, in Sunset Pink für die Referenz. Es ist Größe S, ich bin 1,52, 53 Kilo. Es ist nicht durchsichtig. Ich sage auch nochmal dazu, kauft euch die Sachen in der richtigen Größe. Und wenn ihr euch unsicher seid, es gibt Größentabellen auf der Oceans Apart Homepage. Da könnt ihr einfach, nachdem ihr eure Teilenumfang gemessen habt, Brustumfang gemessen habt, könnt ihr sehen, welche Größen euch vorgeschlagen werden. Das könnt ihr dann abgleichen. Und wenn ihr euch trotzdem unsicher seid, kauft bitte immer eine Größe größer. Also ich dachte mir auch, ich hole vielleicht lieber die M, aber mit der S bin ich rundum zufrieden. Alle Sets, also beide Sets sind in Größe S. Es sind vom Material her über 95% Polyamid und davon ein paar Prozent Elastan. Auch bei dem Sweater sind es 100% Baumwolle. Das wollte ich noch dazu erwähnen. Hier habt ihr nochmal das Jessie Set in Deep Green. Auch in Größe S, also der Sport BH, der ist auch mit diesen Cups gefüllt. Das könnt ihr hier an den Seiten sehen. Die könnt ihr rausnehmen, bitte. Wenn ihr die Sachen reinigt, packt sie bitte auf die linke Seite. Nehmt kein hartes Waschmittel oder chemische Reinigung, weil dann zerstört ihr damit eure Activewear. Schonwaschgang, das heißt meistens Handwäsche oder 30 Grad. Also nicht zu doll waschen, sonst könnt ihr die Farbe, das Material und die Sachen beschädigen. Hier habe ich nochmal den Ärmel von dem Jessie Set Deluxe. Da könnt ihr den Daumen durchstecken. Es hat super schöne Netzmuster an den Seiten. Ich muss auch sagen, man kann sich super toll darin bewegen. Und ja, auch hier seht ihr, ich habe es ein bisschen zerknittert, weil ja, tragen hier, tragen dort. Dann mal hinknüllen. Natürlich sind die Sachen gewaschen. Aber ich habe mir jetzt nicht nochmal die Mühe gemacht, sie so zusammenzulegen. Bitte, bitte entschuldigt. An sich, wenn man sie gut zusammenfaltet und wenn man sie vielleicht aufhängt, dann knittern die jetzt nicht so extrem. Aber wichtig ist einfach, wenn man sie anzieht, dass man dann nicht zerknittert aussieht. Ihr werdet das natürlich auch gleich sehen. Ich werde den Try On nochmal machen, damit ihr sehen könnt, wie sich die Sachen an einer kleineren Person, wie es aussieht. Das ist Größe S. Ihr habt bei den Pants, also sowohl beim Jessie Set als auch beim Amaya Set hinten am Booty, so einen kleinen Push-Up-Effekt. Weil da ist eben so eine Nähung, die dafür sorgt, dass der Booty so ziemlich rund und geliftet aussieht. Also hier habt ihr nochmal das Jessie Set Luxe in Deep Green, der Sport BH, mit den Cups, die man rausnehmen kann. Bitte auch zum Waschen rausnehmen. Und es ist sehr schön bequem. Also es schneidet auch nicht ein. Ihr könnt hinten sehen, es ist überkreuzt, hat so eine Leopren-artige Materialbestückung. Hinten seht ihr auch das Logo. Die Leggings, die sind schön. Schneidet nicht ein. Ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr so beklemmt seid oder dass es euch die Luft zum Atmen abschnürt. Das passiert nicht. Hinten nochmal, wie gesagt, die Naht, die den Booty so ein bisschen anhebt. Ja, also ich kann es wirklich empfehlen. Ich muss sagen, ich war zuerst auch sehr skeptisch, aber ich nutze diese zwei Active Sets gerne. Ich kann mich gut drin bewegen. Die sind jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, gleich reißt es, sondern man kann wirklich viel damit machen. Man kann sich drin dehnen, man kann drin tanzen, man kann drin laufen. Ja, und hier habe ich jetzt nochmal das langärmige Oberteil angezogen. Und dann könnt ihr auch sehen, an den Seiten das schöne Netzmuster. Ihr könnt es entweder mit dem Sport-BH zusammentragen, also über dem Sport-BH anziehen. Ihr könnt es aber auch einfach so anziehen, vielleicht darunter entweder einen dünneren Sport-BH oder was anderes tragen. Aber ja, sowohl als auch sind beide Varianten möglich. Ich habe es jetzt mal ohne den Sport-BH darunter angezogen und die Muster sind einfach super toll. Natürlich habe ich einen BH an, aber der ist eben von der Seite nicht sichtbar. Genau, hinten dann auch nochmal das Logo und an den Seiten ein Netzmuster, ein einlöchriges Muster. Man schwitzt nicht zu sehr drin, also man sagt ja, okay, mit Elastan und Polyamid, da schwitzt man sich wirklich kaputt. Aber so ist es nicht. Es gibt keine unschönen Flecke. Und ja, hier auch nochmal das Amaya Set in Sunset Pink in Größe S. Schön zum Dehnen. Es schneidet auch nicht ein, das könnt ihr am Bund sehen. Also auch beim Sport-BH und bei der Leggings. Die Leggings, die ist wirklich sehr komfortabel. Wie ihr sehen könnt, ist auch nichts durchsichtig. Und hinten ist auch die Naht, die wieder den Booty anhebt. Also ihr könnt euch dehnen, ihr könnt damit laufen, ihr könnt damit viele Sachen machen. Es ist nicht durchsichtig, wenn ihr euch die richtige Größe kauft. Und der Sport-BH, der sitzt wirklich sehr gut. Der fängt alles auf, was aufzufangen ist. Ihr könnt die Cups natürlich auch rausnehmen. Die sind mit integriert. Die könnt ihr an der Seite rausziehen. Und auch hier, vergesst nicht, beim Waschen die Sachen auf links zu drehen und einen Schonwaschgang einzulegen. Ihr könnt es auch mit Handwäsche machen. Also die sind sehr pflegeleicht. Ja, den Baumwoll-Sweather ziehe ich jetzt auch nochmal drüber. Das ist zu 100% aus Baumwolle gemacht. Und ihr habt auch so einen Gummizug. Also es ist kein Gummizug, aber ihr könnt das Oberteil dann in der Mitte croppen. Ja, wie gesagt, ihr könnt den Link in meiner Infobox klicken. Ich werde den auch gleich nochmal einblenden. Also mit dem Code MILASUDIN2 bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 79,02 Sets zum Preis von einem. Ihr könnt euch dann, nachdem ihr ein Set geshoppt habt, ein weiteres aus dem Gift-Chooser gratis dazu auswählen. Ich glaube, das ist ein super toller Deal. Und ja, ich bin rundum zufrieden. Ich werde weitermachen mit meinen Yoga-Pilates-Tanz-Sachen, um weiter fit zu bleiben. Ja, es hat sich auf jeden Fall sehr für mich gelohnt. Ja, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr möchtet, dass ich euch ein paar Bewegungs-Sport-Sachen zeige, dann kann ich das gerne tun. Ich kann das auch gerne in den Sets machen. Ich kann euch wirklich die Sachen so empfehlen. Wie vorhin schon erwähnt, ich war ziemlich skeptisch, aber es hat sich echt aufgelöst. Also klickt bitte den Link in der Box. Ich freue mich auch, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn ihr meinen Channel abonniert und wenn ihr ein Teil der Friends-Community werdet. Also passt mir gut auf euch auf, bleibt gesund. Wir sehen uns in den nächsten Videos, die jetzt auch folgen. Und alles, alles Liebe, danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss. 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 Baba. Ganz chill. Tschüss. Schisst. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020